Der Zinnenszinteffekt wird von den meisten Leuten absolut unterschätzt und das ist auch verständlich, weil wir Menschen können halt immer fast nur gewissermaßen linear steigend denken und halt nicht exponentiell. Das ist auch absolut verständlich und heute mal ein Beispiel, dass ich diese Kraft des Zinnenszins euch mal zeigen soll. Und zwar mal angenommen, ihr legt heute 1000 Euro an mit einer Jahresrede von 10%. Das müsst ihr über 72 Jahre machen und dann habt ihr eine Million erreicht. Jetzt kommt aber das krasse daran, jetzt rechnen wir nicht mit 1000 Euro, sondern jetzt rechnen wir mal mit nur einen einzigen Euro. Also wenn ihr einen Euro mit 10% Riete jährlich anlegt, dann habt ihr in der doppelten Zeit von vorher, sprich in 144 Jahren, auch die Million erreicht. Es dauert zwar doppelt so lange, aber das zeigt halt diese unglaubliche Kraft, was der Zinnenszinszinteffekt halt ausmacht dann. Obwohl man eigentlich tausendmal mehr Geld investiert, hat man dann in der, ja muss man zwei mal länger warten, hat dann das gleiche Geld. Also es ist schon sehr, sehr krass in meinen Augen. Für mehr Tipps zum Thema Finanzen, folge diesen Kanal.